So und damit wieder herzlich willkommen zurück bei The Sims 4, Kampfkoloss und was machten sie hier? Ist was? Komm. Oh tschüss. Tschüss tschüss tschüss. Schmuckimus Mauskühnchen. Ich glaube wir haben das hier fast geschafft, ne? So Farbrellung, das ist einfach nur noch nebensächlich geworden. Wir selber stinken noch nicht so sehr gut. Wir sind mal so nett. Hm. Kann ich mir ein Kinder-Meeting klären? Aha. Aha. Aha, aha, aha. Wasersparung. Kann ich dann eigentlich schwimmen? Hilft das vielleicht auch die Figuren hochzusetzen wieder? Etwas. Oh, hat sie gerade erledigt. Oh, jäuel. Oh, jäuel. So, die müssen wir noch ein bisschen pushen, weil der hängt ja eigentlich gechallenged ab. Wolltest du dich gerade noch was zu essen machen? Matchen? Die arbeitet heute nicht, ist gut. Ja man, Level 8 der Fitnessfähigkeit. Sehr gratif. Hm. Winden. Don't baden. Ich bin hungrig. Was kriegen wir hin? Hochstuhl, ich brauche einen Hochstuhl. Das ist ein Barhocker. Hochstuhl. Jaja, ich komm ja schon, alles ist easy. Komm, wir versuchen jetzt mal was zu essen. Ähm. Hm. Klingt ja alles delikat. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal Mango. Ich mag Mango. Ja, Schmuck, man soll zur Arbeit gehen. Alles jetzt funktioniert oder nicht? Ach, warte, das kriegen wir schnell. Ja? Wenn du siehst. Los geht's nie. Schlügel ist auch alles. Das macht's nicht nur das Ding. Das ist doch alles schonend. Ich kann uns nicht daran, wie du dich schünen. Wir werden ja auch noch mit ihr es... Das ist doch alles. Hat mich dran. Das ist doch auch nicht lustig. Einfach weil er es kann So. Ich muss auch weiter leveln. Videospiele und Logik sind sehr hoch. Spaß hat es aber schon voll. Wichtig ist ja bei ihr die Sache, dass ihr den Job weiter schnell befördert wird, damit wir nicht das Laufband bekommen. Können wir uns da mal gönnen? Ja. 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 ein bisschen auflegen was hat der ja 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 Oh, ja, das ist doch... Hahaha Hahaha Unanarkonaps Geshel, Trybni-Fennib Ah, Yathruia Broho-Re-Azige Figwenidapsu Wibs Gruna Gush Ah Ah Scheint hier aber nicht zu funktionieren. Oh nein! Der ist müde, also da wird mein Betting gebracht. Moki selbst muss wieder ein paar Stimmen sichern. Hier schon wieder, nein, ich glaube Freitag, ist hier gerade jemand, hallo, ja da ist jemand. Oh, da ist der Oberstecker, der Hood. Find ich das bei ihr eigentlich auch schon? Ja, scheint aber zu klappen. Rasha, redest du Schmocktrell über die Russen? Schmocktrell, wir reden nicht über die Russen. Wir sind nicht unsere Feinde. Mega Verkauf. Ach, Lukas ist irgendwann mal gestorben, wer war nochmal Lukas? Ja, ich bin nicht so gut. Darf ich jetzt auch mal auf meinem Klo? Ja, ich bin nicht so gut. Oh. Ja, ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut, ob man das alles kann. Das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus, dass er befördert wird heute. Einerseits wünschenswert, andererseits bedeutet das dann, dass dieses Playthrough vorbei ist. Was schade ist, weil ich mir echt langsam mal mit der Familie anfreunde und so. Versuchen wir es erstmal mit der Avocator. Schmocktron liebt sie drückte Avocado. Ausgezeichnet. So, jetzt waschen wir meine kleinen Stinker. So. So. Das ist ein Moomflauch. Ja, Schmockton soll zur Arbeit gehen, das passt schon Auch da die Blase Falscher Nein, geht auch noch nicht So, Schmockton kann ruhig mal fleißig arbeiten Sie ist auf 14 Uhr Ja, dann machen wir das, was auch immer sie da macht, was macht sie denn da? Chatten! Talienbericht, ich könnte nur davon leben So, lang genug Ich muss mal brunchen Hier ist so ein Trauerkloß, das ist nervig Ja Hier spielen Das Level schaffst du noch Da bin ich mir sicher Ja 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 Rühent Mh, mal ein bisschen Fifa. Mh, nee, 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 Gewürzfestival heute nicht. Oh, die wollte. Nee, die wollte nicht. Oh, das war's. Oh, das war's. So noch 30 Stellen, bringt das jetzt noch was? Schwierig. Ne, die slashen uns so aus, als habe ich zu spät gemacht. Oh, Mistel. Schlafen. Sollte mich jetzt mehr auf sie fokussieren, dass sie halt die Joberweiterung bekommt. Also das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne Daumen nach oben bewerten und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Bye. See you next time. Bye. Vielen Dank.